Willkommen zu einem neuen frischen Video hier auf K.A.R.T.O. Ich würde mich freuen auf ein Abo, den kann man nicht öffnen und nicht vergessen, like dieses Video zu. Hier ist der K.A.R.T.O.N. Ein Like bei YOU! Ich habe schon gesehen, der Schuh, der ist ganz so eil. Einmal hier zeigen, das ist die Sohle. Die Sohle habe ich schwarz gehalten. So, das ist mein Werk von Like by YOU. Das Logo habe ich auch noch mal gelassen. Keinen Namen geschrieben. Die Sohle habe ich in schwarz. Malen lassen. Und im drin ist ja schwarz. Also schwarz. Und die Sohle hat auch schwarz. Das schaut vielleicht bei euch weich aus. Weich weiß aus. Ich weiß nicht, aber das ist kein, das ist kein Weiß hier. Die Schnürsäcke und so, das kannst du hier. Das ist kein Weiß, das ist Sand. Das ist eine Sand Farbe. Ich finde, das schiebt. Das schiebt. Den zweiten Schuh. Und die anderen raus. So, das ist der zweite Schuh. Ich werde ihn noch mal sehen. Ganz nice. Ganz wilder Schuh. Der ist wirklich geil, das Schuh. Like Air Force Schuh liebe ich von mich. Ich finde ihr einfach total geil, total nice Schuhe. Du hast da ein Bild mit den Schuhen, wo ich sie anhabe. Auf Instagram. Da könnt ihr mir auch gerne folgen, wie ich es noch nicht tun. Ja, schreibt es unten in die Kommentare, wie ihr die Schuhe findet. Und ja, lasst mir doch ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ich die Schuhe gefallen habe. Fällt mir gerne einen Daumen nach oben geben, würde mich freuen. Und wie gesagt, auf Instagram könnt ihr mir auch folgen. Und ja, das war's mit dem Video. Ich würde sagen, Freunde, passt auf euch auch. Und wir sehen uns heute zu einem neuen Video. Heute kommt ein, äh... Heute kommt ein Video, ein... Scary Prank Video von mir. Was heißt Scary Prank? Also ich mach den Prank. Ich reagiere darauf. Um 0 Uhr versuche ich den Prank hochzuladen. Wenn er um 0 Uhr nicht hochgeladen ist, dann um 2 oder 3 Uhr. Mal schauen. Also, gehört euch das Video auch. Und ja, passt auf euch auch bitte. Abonnieren, Like und nicht vergessen. Und sehen uns noch in einem weiteren Video. Haut rein und ciao. ...